Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Strategie zur Berechnung der Ableitung einer Funktion an einer Stelle kennen und mit dem Begriff Ableitungsfunktion vertraut sein. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam die Ableitungsfunktion einer Polynomfunktion ermitteln. Wir stellen uns hier nun also die Frage, welche Steigung hat f von x ist 3 mal x² plus 6 mal x plus 4 an der Stelle x0. Wir werden dafür wieder unseren mittlerweile gewohnten Weg gehen und zwar zunächst die Steigung der Sekante durch zwei Punkte ermitteln und zwar durch die Punkte A mit Koordinaten x0 und f von x0 und B mit Koordinaten x0 plus h und f von x0 plus h mit einem h ungleich 0. Um diese Steigung zu ermitteln, brauchen wir wieder unseren Differenzenquotienten und nun lautet der erste Arbeitsauftrag, vereinfache diesen Ausdruck hier so weit wie möglich. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann noch darüber. Also gut, zunächst einmal stellen wir fest, dass wir mit dem Ausdruck, der hier im Zähler steht, eigentlich nichts anfangen können, außer wir setzen x0 plus h und x0 hier oben in die Funktionsgleichung ein. Dann erhalten wir diese ganzen Ausdrücke hier. Es schaut gerade nicht aus, als hätte sich unsere Situation verbessert, aber das wird schon. Zunächst einmal werden wir hier jetzt noch ein bisschen ausmultiplizieren und dann fällt tatsächlich einiges weg und es bleiben im Zähler nur noch drei Ausdrücke übrig und da stellen wir fest, dass in jedem dieser Ausdrücke mindestens ein h als Faktor vorkommt. Das bedeutet, dieses h können wir herausheben und dann können wir das mit dem h im Nenner kürzen. Das bedeutet, wir erhalten für die Steigung der Sekante durch diese beiden Punkte den Ausdruck 6 mal x0 plus 3 mal h plus 6. Soweit so gut, kommen wir zum nächsten Arbeitsauftrag und zwar ermittle die Steigung der Tangente an der Stelle x0. Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere noch einmal das Video und wir vergleichen auch hiervon dann noch das Ergebnis. Um nun die Steigung der Tangente an der Stelle x0, also f' von x0 zu ermitteln, müssen wir wieder einen Grenzwert betrachten und zwar den Grenzwert für h gegen 0 von 6 mal x0 plus 3 mal h plus 6. Und hier fällt uns auf, dass der einzige Ausdruck, der irgendwie von h abhängt, dieser hier ist. Und wenn h gegen 0 geht, dann geht auch dieser Ausdruck hier gegen 0. Das bedeutet, wir erhalten jetzt für die Ableitung von f an der Stelle x0 den Ausdruck 6 mal x0 plus 6. Kommen wir nun zum letzten Arbeitsauftrag und zwar stelle eine Funktionsgleichung der Ableitungsfunktion auf. Nimm dir dafür auch noch einmal kurz Zeit, pausiere noch einmal das Video und wir vergleichen auch davon dann noch das Ergebnis. Wir wollen nun also wieder jeder Stelle x die entsprechende Ableitung f' von x zuordnen können. Für diese Zuordnung brauchen wir eine Vorschrift und wie diese Vorschrift aussehen muss, das haben wir hier schon entdeckt. Das bedeutet, die Ableitung der Funktion f mit f von x ist 3 mal x² plus 6 mal x plus 4 ist gegeben mit f' von x ist 6 mal x plus 6. In Zukunft werden wir Ableitungen von Polynomfunktionen einfach in einem Schritt ermitteln. Wie das geht, das erfährst du auf dem Arbeitsblatt und im dazugehörigen Videolernzyklus zum Thema Ableitungsregeln.